Hallo, grüßt euch. Ja, Kolja und Makro 5 Spray. Und ja, legen wir mal los. Bin mal gespannt. Soll mehr Drill sein. Und ich hab so ein bisschen Kommentare auch gelesen. Also nicht alle so damit einverstanden. Und finde es gut. Bin ich mal gespannt. Okay, fängt gleich mal so irgendwie an wie im Schlachthaus oder so, glaube ich. Irgendwie standesgemäß. Ja, ist auf jeden Fall, man kann mitgehen. Finde ich. So. Finde es okay bis jetzt. Okay, er arbeitet im Schlachthaus seit neuestem. Klappt jetzt nicht mehr so mit der Karriere. Alles klar. Wir haben niemals genug. Spray, Spray. Grand Coupé in Saint-Tropez von L'Opera. Grand Coupé, Montragé, Montpellier, Lafonsolada. Tom Ford, Comdor, Concord, Aleonada. Tja, keine Ahnung. Ja, muss doch nicht alles verstehen. Können ein bisschen mehr ballern irgendwie. Muss mal ein bisschen lauter machen. Mal gucken. Spray, Spray, Spray. Keine Tränen vergießen. Für dieses Leben entschieden. Damit drehst du dich zufrieden. Spray, Spray, Spray. Wir haben volle Kontrolle. Schicken Tonne für Tonne. Komm mir was wolle. Spray, Spray, Spray. Spray, Spray, Spray. Ist ein bisschen so unterbrochen irgendwie. Ich kann nicht so wirklich so ganz locker immer mitgehen irgendwie. Irgendwas ist so, was mich so immer bremst. Auch finde ich so, das Klangbild ist nicht so voll irgendwie. Also das ist so. So ein bisschen dünn kommt mir das vor. Aber warum Spray? Das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe alles so, ne? Aber nicht Spray. Okay. So mit Spray zu tun. Okay. Holländisch wahrscheinlich, ne? Ich verstehe nichts. Ja. Ähm. Hört sich komisch an irgendwie. Am Rappen. Finde ich. Also ungewohnt vielleicht auch. Was ist der für Zähne, ey? Das finde ich geil. Okay. Gold. Spray, 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 Spray. Bin zu viel unterwegs. Deshalb wieder zu spät. Spray, Spray. Sitz, Sitz und Beamer, Coupé. Muss verlieh der Letze. Er war wie Wallahel. Spray, Spray. Auf, auf, wenn viele Anzug. Auf, wenn Jesus lebt Blut. Wir haben niemals genug. Spray, Spray. Ja, okay. Gut. Ähm. Ja, okay. Ich hab ja schon einiges gesagt, so, ne? Das molländische, das gefällt mir halt nicht, ne? ich finde, das ist irgendwie verstehe es halt nicht und so weiter ähm, ja, okay wie gesagt, ich habe schon alles gesagt mehr fällt mir da nicht ein dazu ähm ich habe halt so einen Eindruck, so jetzt knallt er halt raus, was geht irgendwie, ne, macht viele Featureings, ne vielleicht, er nützt halt jetzt den Fame, wo er hat, klar um viel Kohle zu machen oder so, ne vielleicht leidet da auch ein bisschen die Qualität manchmal okay, also, hey tschüss